Ja, Mahlzeit, meine liebe Angelfreunde. Ja, wie ihr seht, wir sind mal wieder an der wunderschönen Elbe und wollen heute mal richtig schön auf Aal und zusammenwageln. Genau, und was wir noch haben, denn wir haben die 25.000 Abonnenten geknackt, machen ein geiles Gewinnspiel und haben für euch mal so eine richtig geile Raubfellstompe besorgt. Alles drum und dran, Rolle, Route, Schnur, alles dabei, bauen wir hier für euch auf und werden wir in dieser Folge verlosen. Ich würde mal sagen, als allererstes bringen wir mal unsere Routen aus und dann bauen wir mal eure Route auf. Also, dick. So, Leute, und weil wir hier klassisch, würde ich fast schon behaupten, steht ja auch Klassik-Aalpicker auf den Routen drauf, weil wir mit Aalpicker angeln und da ein Futterkörbchen dran machen. Routen zeigen wir euch gleich noch, werde ich jetzt hier mal ein bisschen geiles fischiges Futter anrühren. Das ist eigentlich ganz normales, oh, hier haben wir sogar noch mal Pellets drin, vom letzten Mal angeln. Störpellets steht drauf, aber ja, für mich sind das alles fischige Pellets. Die werden wir jetzt aber heute mal nicht werfen, denn wir werden hier mit fischigem Futter arbeiten. Das ist ganz normales, eigentlich Karpfen-Grundfutter. Hier unten sieht man es noch ein bisschen, ist nicht so richtig durchgemixt. Also, Karpfen-Grundfutter, fischig und da habe ich jetzt ganz einfach, hier an der Ecke sieht man noch ein bisschen Blutmehl und Fischmehl dran gemacht. Ganze rühre ich mir jetzt erstmal trocken durch, sodass wir hier ein richtig, richtig fischiges Aroma bekommen. Das Futter werden wir auch richtig straff anrühren, dass das richtig fest in den Körben bleibt, denn ich will damit nicht irgendwelchen Weißfisch füttern, sondern ich will nur damit einen fischigen Geruch auf den Platz kriegen. Ja, das hat in letzter Zeit gut funktioniert, um Aal und Wels auf den Platz zu locken. Auch mal ein kleiner Zander, also durch dieses Aroma, Elbe ist ja ziemlich groß, ja, finde ich, dass man da richtig Fisch auf den Platz lockt, kann natürlich auch einfach, so wie es wir jetzt zeigen, mit Tiroler Hölzchen angeln, den Futterkorb dann einfach weglassen. Wie gesagt, ganz normale Aalpickerruten, kommen wir gleich noch mal drauf hinzu. Und jetzt machen wir hier reichlich Wasser dran, wie gesagt, das will ich richtig straff im Futterkorb haben und jetzt habe ich hier noch so ein, ja, Fischextrakt, Fischmeat steht drauf, also auch Fischöl. Boah, puh, riecht auf jeden Fall richtig geil, haue ich mir auch komplett dran. Also ich will hier richtig Geruch im Wasser haben, wir bleiben so bis circa um eins, um zwei, dann ist die Beißzeit meistens eh schon vorbei, also ja, wenn es natürlich länger beißt, bleiben wir länger. Aber da brauchen wir jetzt, ja, wie viel wird denn das sein? Wir angeln ja hier jeder mit zwei Ruten, also vier Ruten, ungefähr ein Kilo ist jetzt nicht so viel. Also wir machen hier auch nicht wie beim Fiedern aller 20 Minuten frisch, sondern wirklich, wenn mal Aktion drauf war, aber an der Elbe machen wir es wirklich so, dass wir da spätestens nach einer Stunde mal den Köder kontrollieren, denn wir haben ja viel mit Krabben und Grundeln zu kämpfen, die dann mal gerne das Würmchen sowieso, aber auch teilweise in Köfi runterpicken. Und wir wollen ja, also ich auf jeden Fall, eine Rute jetzt erstmal mit Wurm und eine Rute mit Köfi. Holle muss jetzt erstmal bei Köfis stippen, das ist auch gut, da können wir hier ein bisschen Futter nehmen drauf, da kommen die Grundeln garantiert, denn die haben auch Bock auf fischiges Futter und Grundel hier an der Elbe bei uns. Absoluter Topköder für Zander, Wels und Aal, also richtig geil. Also jetzt am Tag aber, werde ich mal ein Tauwürmchen dran machen. Einen Tauwurm konnte ich ja letztes Jahr mein Rekordaal von 1,05 Meter fangen, einfach bloß so beim Ankommen mal rausgeschlunzt auf den Buhnenkorb und ja, 20 Minuten später rannte die Rute schon los und da hatte ich wirklich den riesigen Aal, den riesigsten Aal meines Lebens dran. Also ich würde auch darauf tippen, dass ich das nicht mehr toppen kann. Wenn es natürlich so ist, ist es schön, aber ja, so, Futter zieht jetzt noch ein bisschen durch, aber hier richtig straff, das bricht nicht, also das ist fast so wie ein Teig und stinkt barbarisch nach Fisch und Blutmehl, so soll es sein. Und ja, da würde ich mal sagen, bauen wir die Ruten auf, Holle muss ein bisschen stippen und ich lunze schon mal einen mit Würmchen auf den Buhnenkorb raus. So, Angelfreunde, ich habe mein Angelgerät aufgebaut, in dem Fall, wie vorhin schon gesagt, eine schöne Aalpickerrute mit einer 4000er Rolle. Die Rolle kriegt ihr übrigens auf die Raubfischrute drauf. Ja, warum losen wir jetzt nicht so eine Aalpickerrute? Ganz einfach, ausgelost wird in vier Wochen, in der Angelnfolge Mittwoch 18 Uhr in vier Wochen, also nicht vergessen, wenn ihr mitmacht, da losen wir aus und da ist die Raubfischzeit natürlich voll im Gange, deswegen verlosen wir heute eine richtig geile Deadbait-Stalkerrute, dass ihr die dann rechtzeitig habt, wenn die Hechtsaison losgeht. Ja, wie gesagt, Aalpickerrute, 3,30 Meter, 200 Gramm Wurfgewicht, dazu eine 35er Geflechtschnur, recht dick, wissen wir, aber brauchen wir hier an der Elbe überall Knüppelsteine, kann mal sein, da rutschen wir drüber, weil wir natürlich nicht, dass das reißt. Ja, ansonsten ganz simple Montage, hier so ein Durchlauf-Fiederboom, dann hier in Aalhagen, ja, Größe 2, hört sich erstmal groß an, aber, ja, wir haben hier Größe 2 und guckt mal hier, also wirklich nicht sehr groß und das Würmchen auch so aufgefädelt, ihr seht das mal, dass da wirklich hier vorne nur die Hakenspitze rausguckt, dass der Fisch quasi kommt, so das anzaugt, richtig schön im Maul hat und direkt hängt, bis Erkennung haben wir natürlich wunderbar, oben über die Spitze, ansonsten wäre ich mir, also hier, so wie das hier rumnüppelt, gibt es einen Anhieb und dann hängen die Fische in der Regel, selbst beim Zanderangeln und so, haben wir es jetzt meistens schon, bevor der Fisch überhaupt losgelaufen ist, über die Spitze erkannt. Ja, was wollen wir weiter erklären? Wie gesagt, Alpickerrute, Geflecht, Futterkorb, 100 Gramm und Würmchen. Jetzt werde ich mal sagen, gehen wir auf den Buhnenkorb und legen die Rute, beziehungsweise befüllen erstmal den Futterkorb und legen die Rute schön an die Strömungskante. So Leute, vielleicht seht ihr es, vielleicht auch nicht. Rutenstützen habe ich mir hier schon mal hingestellt, da ich nicht alles mit Emma in der Hand habe. Also habe ich mir jetzt so gestellt, dass ich wirklich in dem Bereich angle, wo sich das da so umströmt und ja, was will ich weiter sagen? Ich würde sagen, Körbchen voll, Feuer frei, richtig. Also ich presse das richtig rein in den Korb. Ich will das nicht, dass da eine Futterwolke entsteht oder irgendwas, sondern wirklich nur, dass peu à peu der Geruch aus dem Korb bricht. Also es ist richtig, richtig schön fest. So, und jetzt habe ich es an den Finger. Es stinkt auf jeden Fall übel nach Fisch, wie so alter, ranziger Fisch. Riecht auf jeden Fall geil. Huch, was denn hier? Bremsen noch voll, löte zu. So, wie gesagt, dorthin. Ich überwerfe die Strömungskante, lasse das kurz absacken, hoch. Und dann zieht es den Korb quasi richtig, richtig da in die Kante. So prüfe ich nochmal, ob ich hänge. Ablegen. Hier habe ich auch nochmal einen Bissanzeiger an. Ganz einfach, wenn ich hier mal einen richtigen Vollrun kriege, dass ich das dann mitkriege, den Freilauf noch ein bisschen härter machen. Ich mache den Freilauf auch hier beim Würmchenangeln gar nicht zu locker, denn wenn die Bremse so ein bisschen geht, also jetzt nicht komplett zu, dass es mir die Rute ist, was es mir so ein bisschen geht, ist das nochmal, gerade beim Aal oder, ja, kann auch ein kleiner Welz kommen, nochmal wie so ein kleiner Selbsttakteffekt. Vielleicht, wenn man nicht gleich direkt an der Rute ist, hängen die halt besser, dann Rute einfach aufnehmen, Klick, Freilauf zu, anhauen und, ja, was wollen wir da sagen? Ich würde mal sagen, jetzt gucken wir mal, dass Holle hier ein paar Fischchen stippt, dass ich meine zweite Rute rausbringen kann, mit schönen Köfi dran. Also, Leute, Petri. So, Leute. Holle hat fleißig gestippt. Ich habe eine Rute schon mit Köfi liegen. Holle zeigt euch gleich nochmal die Montage. Aber jetzt geht es mal ums Gewinnspiel. Wie gesagt, hier gibt es ein richtig schönes Raubfisch-Stalker-Set und ein schönes Käppi. Gleich wie Holle übrigens auch hat. Alles gesponsert von der Firma Sprung. Wie gesagt, ihr könnt gewinnen. Eine Deadbait-Stalker-Rute. Nagelneu. Das werden wir jetzt mal rausholen. Na, kommt doch raus. Die werden wir euch jetzt richtig bauen, dass ihr quasi am Ende nur noch ein Fischchen und einen Haken dranhängen müsst. Und dann geht es los. Ja, wer die Ruten nicht kennt, das sind 100 Gramm Raubfisch-Ruten. Teleskopierbar. Also, so sind die jetzt so. Oh, ich weiß gar nicht wie lang. Zwei Meter. Und hier können wir die nochmal locker einen Meter ausschieben. Also, wenn ihr mal zwischen Gebüsch oder was auswerfen müsst, könnt ihr die schön zusammenschieben, auswerfen. Also, richtig zum Stalken, wie es schon draufsteht. Und da hauen wir euch jetzt eine richtig schöne 4000er-Rolle drauf. Übrigens gibt es auch dazu Posen, Wirbel, Haken. Also, komplett machen wir die euch jetzt fertig. Hauen wir euch hier noch eine 21er-Geflecht drauf. Bauen wir euch die jetzt quasi fertig, so dass ihr wirklich nur noch in Haken dranhängen müsst. Fischchen dran, raus und los geht die Angelei. Ja, zuerst schneiden wir hier mal die Rolle dran. Wie gesagt, 4500er Freilauf. Wer es nicht gewinnt und so eine Route haben will, wir packen euch den Link dazu zur Rolle und zu den ganzen Materialien unten in die Videobeschreibung. Also, hier eine richtig geile Kombo. Freilaufrolle, alles dazu. Also, da könnt ihr dies ja voll durchstarten und die richtig fetten Meterächte fangen. Wie gesagt, hier ziehen wir jetzt eine schöne 21er-Geflecht mit einer Tragkraft von 13 Kilo. Also, wenn da 13 Kilo draufsteht, da könnt ihr locker 1,50 Meter Hechte fangen. Verspreche ich euch, wenn es nicht so sein sollte, kommt er vorbei, zieht euch eine neue Schnur drauf. Aber glaubt mir, die hält. Damit habe ich mein 1,10 Meter Hecht gefangen. Habe dann mit Hechte über 1 Meter gefangen. Also, richtig tragbare Schnur. Auch aus dem Kraut rausgezogen. Völlig ohne Probleme. Ja, machen wir mal eine Schnur drauf. Ich denke mal, das hat schon mal jeder gesehen, wie wir eine Rolle bespulen. Dazu brauche ich nämlich Holle seine Hilfe. Wir machen hier einfach einen Ruten-Spicker durch. Holle hält das und ich korbel das hier auf. Und ja, dann bauen wir euch eine Montage an. So Leute, Rolle ist fast voll. Würde fast behaupten, 3 bis 400 Meter sind jetzt drauf. Also, damit brennt euch nichts an. Guckt, richtig schön vollgemacht. Richtig geile Schnur. Auch schön sichtbar. Schwimmt übrigens. Da achte ich mal beim Hechtangeln sehr drauf. Gerade wenn man in krautigen Bereichen angelt und so. Wenn man da Mono nimmt, die vielleicht noch sinkt. Also, da kann es schon mal sein, dass die in das Kraut sinkt. Und dann, wenn der Hecht oder der Raubfisch, können doch Zander und alles damit angeln, der Raubfisch das nimmt und die Schnur da irgendwo im Kraut so ein bisschen Widerstand gibt, kann es schon sein, dass er loslässt. Deswegen nehme ich, solange wie es nicht friert und auch bei, ich sage mal, um den 0 Grad, könnt ihr da auch noch mit Geflecht angeln. Da passiert nicht so schnell was. Ansonsten, wenn es richtig kalt ist, aber dann sind die, wäre so eh meistens so gefroren, dann lieber Mono nehmen. Aber eigentlich angeln wir, also Holle, wie ich, immer auf Hecht mit Geflecht, weil die einfach schön schwimmt. Und viele sagen zwar, da treibt mir die Pose in den Nehmen, aber ich will das ja. Und Holle auch beim Hechtangeln, dass die Pose ein bisschen wandert. Also, jetzt bauen wir eine Montage dran. Dann packen wir die ein und dann verraten wir euch mal, was ihr machen müsst, um diese mega geile Kombi zu gewinnen. Jetzt bauen wir euch hier eine Montage dran. Und derjenige, der das Ding gewinnt, der muss uns unbedingt dann Bilder schicken, ob er was gefangen hat. Ja, zum einen haben wir hier ein 15 Gramm Blei, auch von Spro. Dazu gibt es auch gleich so eine Gummimarmel hier, die kommen hinten vorne drauf. Wie gesagt, links packe ich alles unten rein. Ich haue mir das mal hier rein, dass wir es nicht im Land verlieren. Jetzt ist die Montage eigentlich überhaupt nicht schwer. Denn wir fangen hier an mit dem Fadenstopper. Nehme ich bei Geflecht lieber wie Gummistopper. Weil, ja, den Gummistopper, den schiebe ich hier übersinnig nur 5, 6 Mal hoch und runter. Und dann ist der irgendwann so locker, dass der quasi nicht mehr hält. Kann man noch selber binden. Ich nehme die fertig gebunden. Schiebe mal hier hoch. Jetzt, Perle, wo ist sie hin? Weg. Oh Leute, jetzt müsst ihr ohne Perle angeln. Natürlich ganz unten im Karton. Perle. Zack. Müsst ihr immer, wenn ihr das Bautier nachbauen wollt, immer darauf achten, dass die Perle so groß ist, dass die nicht über den Fadenstopper springen kann. Dann nehmen wir hier so eine richtig geile, auffällige 20 Gramm Durchlaufpose. Grad für den Winter. Oh, was ist das? Ich habe nicht vom Blick. Grad für den Winter, wenn jetzt die Hechtsaison dann bald losgeht. Wenn ihr richtige große Köfis anbietet. Erstmal seht ihr die auf richtige Weide Distanz. Und dann ist das Ding natürlich richtig geil, wenn ihr große Köfis anbietet. Schweres Gewicht. Das ist eine Durchlaufpose. Könnt ihr richtig geil werfen und so. Das ist doch absolut ein mega geiles Teil, oder? Also ich angle die richtig gerne. So, und dann sind wir schon fast fertig. Jetzt nehmen wir nämlich hier das Blei. Da waren jetzt wohl so Gummimarmeln dazu. Auch die natürlich voll unten in der Kante. Gummiperle Nummer 1. Jetzt hier 15 Gramm Blei. So habt ihr immer noch 5 Gramm Luft. Für ein schweres Fischchen. 5 Gramm ist völlig ausreichend. Selbst für das größte Fischchen, was ihr da dran baumelt. Zweite Perle. Also Gummiperle. Das gibt es gleich fertig so. Im Set zu kaufen. Das Blei mit den Gummis und alles. Zack. Vom Prinzip her schon fast die Montage. Jetzt knöpple ich hier noch den Wirbel dran. Zack. Schlaufe ich euch gleich ein in den Wirbel. Schön Schlaufenknoten rein. Wie gesagt, eure Rute oder ein von euch wird diese Rute hoffentlich viele, viele glückliche Stunden. Hier extra Marco Spezial Gleitmittel dran. Viele glückliche Stunden am Wasser. Und vor allem große Hechte. Montage ist fertig. So schicken wir die euch zu. Natürlich die Kleinteile. Oh, was ist hier? Beißt? Natürlich die Kleinteile. Das schneiden wir noch ab hier. Die Kleinteile, die jetzt im Kasten sind. Hier nochmal Drillinge. Bisschen Vorwachmaterial. Und, und, und. Schicken wir euch natürlich alles zu. So, dass ihr hier wirklich dieses Jahr richtig loslegen könnt. Das ist doch eine mega geile Kombo. Fischen ich noch genauso. Könnt ihr auch. Also ihr müsst ja nicht dann immer die Montage fischen. Könnt ihr auch auf Grund anbieten. Und, und, und. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig geile Raubfischrute. Gerade dieses, wenn man mal wirklich im Geäst ist. Dieses Einschieben und dann bequem. Zack. Ist das nicht eine herrliche Pause? Bequem auswerfen zwischen den Büschen. Ich glaube, ihr solltet mir auch von mir erzählen. Denn ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Da drüben beißt es auf den Buhenkopf. Also Leute. Wir erklären gleich, wie ihr die gewinnen könnt. Schöner Fisch im Drill hier. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ach, das gibt es ja auch nicht. Ein Zander auf Wurm. Ein klein Zander auf Wurm, Leute. Guckt euch das an. So Leute. Haken ist sauber raus. Ich dachte erst eine Grundel. Ne, da haben wir hier. Den winzigen Zander. Der geht natürlich direkt zurück. Betri, Leute. Auf Wurmchen. Geil. Weil ich vorhin einen Haufen Fehlbisse hatte, habe ich mal das Wurmchen zerropft und so drauf gemacht. Und das hat den Zander vermutlich zum Beißen animiert. Also, ja, ich habe ja schon Köfi liegen. Da ist noch keine Bewegung drauf. Und hier aufs Wurmchen. Zack, war der Zander da. Und da wären wir auch direkt wieder beim Gewinnspiel. Den haben wir jetzt gemessen. Kann ja auch sein, dass es der erste und der letzte Fisch war. Köder Fische zählen wir jetzt mal nicht dazu. Denn wir wollen von euch wissen, wie groß ist der größte Fisch, den entweder Holle oder ich heute fange. Und wer das richtig tippt, der gewinnt die geile Rutenkompo. Wenn es natürlich mehrere gibt, die die richtige Lösung haben, dann losen wir natürlich aus. Und die Off-Lösung gibt es, wie gesagt, pünktlich in Mittwoch, 18 Uhr, in vier Wochen. So, jetzt drückt uns mal die Daumen, dass wir hier noch den einen oder anderen geilen Fisch fangen. Dann wird es auch schwieriger für euch, erst mal rauszufinden, welcher Fisch war der größte und wie groß war der Fisch. So, beißt schon wieder. Das wird da direkt Bewegung drauf. Na ja, direkt beim Erzählen unten hat es schon angefangen zu piepen. Dann stand ich ja an der Rute, ganz vorsichtig. Und mit dem war, piep, 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 Anschlag und Zander hin. So, jetzt gucken wir aber mal zur Holle rüber. So, denn der will jetzt auch auf Raubfisch auspacken, denn der ist durch den Tarm da jetzt richtig heiß geworden. So, meine Freunde. Meine Gründel habe ich mir weit direkt getötet. Das fällt sich hier hinten schön, so, mit meiner Nadel. Will dich doch jetzt. Ziehe ich die schön auf. Guck dir mal den Raubfisch an hier. Das ist ein wie gesagt, perfekter Haken eigentlich. Drücke ich mir in das Fisch hier rein. Und dadurch, hoffentlich habt ihr das gesehen, der hat einen ganz kleinen Widerhaken. Ganz klein. Der hakt sich ein. Und dann sitzt der feste. So hält der Bombe. Und dadurch, wenn der richtig eingehakt ist, kann der Haken sich auch nicht verdrehen hier oben. Da bleibt der steif. Wenn das Fisch jetzt kommt, beißt Zander oder Hecht oder Wels. Dann bleibt der auch hoffentlich hängen. So, jetzt bieten wir das so schön an. Es ist so schön. Ach, hier haben wir einen Barsch, wie man es noch gesagt hat, der Ende der abging, vermutlich Barsch und schwupp, haben wir hier einen. Ich weiß nicht, wie es geht. Musik Sagen wir alle, was denn hier los? Ist ja kalt. Ja, der Wind ist ein bisschen frisch geworden. Aber so ist schon angenehmes Wetter. Klarer Sternenhimmel, herrlich hier draußen. Ja, also Mond ist nicht zu sehen. Fisch auch nicht. Aber guckt euch mal an, wie weit das Wasser, also hier sieht man es richtig, wie weit das Wasser innerhalb jetzt von. Sagen wir mal, drei Stunden ist das extrem zurückgegangen. Also haben wir mal ein paar Pisse gehabt, aber so richtig hängenbleiben wollte keiner. Vor uns lief schon mal einer richtig los bei mir, aber nichts. Und bei Hölle? Ja, da kam gar nichts weiter. Ich habe mal selber in der Rudenspitze mal gesehen, beim Köderfischchen, was ziemlich nah am Rand liegt, mal zwei, drei Bewegungen, aber jetzt wirklich nicht in der Totenstelle. Und beim Würmchen war ein paar Mal runter, da vermute ich aber eher so Krabben oder irgendwas. Ja, wir werden jetzt noch, naja, anderthalb Stunden machen, und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Aal oder einen Zander fangen. Jetzt ist 23 Uhr, jetzt ist eigentlich die heiße Phase, müsste eigentlich was kommen. Aber ja, das ist Angeln, sag ich mal. Drückt uns mal die Daumen, dass wir noch was rausziehen hier. Und vor allem, dass ich Holle entschneidern kann. Das ist ein ordentlicher Fisch. So, liebe Angelfreunde, so, lieber Schneider Holle. Naja, hat das nur beim Stippen geklappt, wo ist halt manchmal so. Ja, also Köderfisch angeln lief halt super, aber das Raubfisch und Aalangeln, ja, auf Köfig gar, gar kein Fisch. Wirklich, am Ende habe ich wirklich vielleicht bloß Glück gehabt, dass der Zander mal Bock auf ein Würmchen hatte. Konnte ich wenigstens einen Zander fangen. Für euch ganz wichtig, denn ja, ist nun mal jetzt der größte Fisch. Ihr müsst jetzt raten, wie groß der ist. Ja, zu den Regeln nochmal. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wie groß der Fisch ist. Abonnent müsst ihr sein. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Raten, oder alle? Jawohl. Hoffen wir mal, beim nächsten Mal in der Elbe läuft es ein bisschen besser. Aber wir haben auch mitbekommen, das Wasser ist jetzt wirklich innerhalb von der Zeit, wo wir sind, zwei Meter zurückgegangen. Also richtiger Wasserabsturz. Ich habe schon Spaßeshalb und Zäule gesagt, man hat ja immer einen Stöpsel gezogen, oder was? übel krass. Da, wo mein Rottbad stand, da war das dann, war eigentlich die Wasserkante, die stand genau im Wasser. Und jetzt fällen da bestimmt so 40, 50 Zentimeter. viel mehr. Anderhalb Meter oder so. Ja, richtig weit weg, also übel krass. Also, so schnell, so einen schnellen Wasserrückgang an der Elbe, habe ich jetzt bei uns in der Ecke noch nie gesehen. Vielleicht Hamburg oben, wo es ein bisschen titenabhängig ist, aber bei uns hier ist das völligst unglaublich. Vielleicht lachst du daran, dass die Fische nicht so richtig Bock hatten, obwohl immer mal ein bisschen Bewegung drauf war, auf den Ködern, auf den Ködern, Wurm wie Köderfisch, aber da vermute ich fast, dass dort Krabben, oder irgendwelche kleinen Mini-Wälze am Berg waren, wenn wir mal was Würmchen runter, ja, das ist Angeln, sag ich mal. Angeln ist kein Wunschkonzert und das macht ja den Reiz auch ein bisschen aus, dass man da nicht immer hinfährt und genau das fängt, was man möchte oder jetzt den größten Zander oder größten Aal. Ja, deswegen macht Angeln noch ein bisschen Spaß. So, Leute, wenn es euch beim Zuschauen auch Spaß gemacht hat, dann Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, das ist Angeln. Also, haut rein. Tschüss.